Das war's, oder was? Das war's, oder was? Das war's, oder was? Hey, jetzt geht's mal hin! Warum läuft die? Du mal drauflegen, auf den Boden denken! Wollen sie sehen, du das kannst auch nicht! Hä? Oh, okay! Oh, oh, oh! Manchmal bei Klempe geht's einfach! Eigentlich kann's voll lang laufen! Das ist einfach zu fett! Warte! Ach, du dummes Dick! Hallo! Ey, das geht voll nah! Wir sind nachher bei Frau Luz Quart, gebrucht in Stuttgart. Geflugschluss 1.15. Das war eine E-Messlung. Oh, ja!